abw fürs erste mal haben uns doch ganz 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 gut mit der schlange ich aber ich weiß ich werde sie so langsamer machen ja ja die kraft sich ein nein daraus kriegt man hunde was keine hunde bei dir ich habe ohne jahr doch sehr wichtig und ich habe nur bei dir tausend Katzen gesehen also wie so eine verrückte alte Katzenlady man merkt schon dass du sehr einsam bist in deinem Let's Play ja meinst du warum das so schön ist wenn ich jetzt mal jemanden dabei hab wo meinst du beschönert ist dass ich jetzt hier jemanden mal dabei hab immer immer ich lass dich nicht mehr gehen so voll creepy hab wie so ein Horrorfilm Komplatschi hab ich zu festgedrückt ich glaub du kriegst wieder blauflecken so so ich muss irgendwie hochkommen aber wie krass das bei mir einfach mal auf den Ohren ist der Wind fein ja bei mir auch gerade weil ich ja den Shader ausgemacht hab für den Hydra Kampf das war ja so dunkel war aber mich ärgert halt dass ich nicht sofort wieder aufgenommen hab sondern da jetzt so weiß ich nicht zwei bis fünf Minuten so ein Bild war egal wir müssen weiter in diese Richtung ja schon ist schon ein bisschen ärgerlich aber ist aber ist lustig gut die auch sagen außerdem dein Ton kannst ja gerne mit äh der ist ja da drin ja der ist ja drin der ist ja drin den lass ich ja drin ich äh erstmal eben hier so ein durchnächstes vom Regen durchnächstes Brötchen wir sind auch gleich am Ziel Baby noch 400 Blöcke also ich sag mal so ungefähr 2 bis 5 Minuten laufen in die Richtung und dann sollten wir was haben ach hier sind die vorhin das lila Schaf was wir verschont haben was hä ich hab's nicht verschont wieso hast du das getötet ich glaub aber da war doch ein lila Schaf was hast du das getötet wo ich gesagt hab das wird verschont du willst dass ich nochmal mit dir hier aufnehme du willst doch die Hydra jetzt besiegen noch gar nicht stimmt mal krass mal gucken was wir noch für Bosse finden ich weiß dass es noch so eine Schlange gibt als Boss dass es ein Skelett Boss gibt ja also es gibt so viele Bosse da kannst du dir das alleine machen ne ich hasse Skelette es gibt glaub ich auch noch einen Creeper Boss aber der ist woanders der ist nicht in diesem Mod der ist über einen anderen Mod da bist du jetzt selber schuld schuldig mein Engel oh was da ist grad ein Hund vom Baum gefallen ein was ist vom Baum gefallen ein Hund ein Wolf der ist gestorben der ist vom Baum gefallen der arme Hund Gesundheit so so okay das nicht nein Quatsch hier einfach mal nicht auf mich wartet weil ich nicht spielen kann während ich niesen muss und mir die Nase rutsch hier gegenüber ich finde es auch schön mit dir den Twilight Forest zu erkunden und nicht alleine alleine hätte es einfach nur ein Boss okay wir gehen dann mal vorsichtig weiter ich meine ich bin ja auch nicht gerade wirklich der mit dem man sowas machen sollte weil ich einfach nur zu doof bin aber ähm ähm lässt du die Pilze in Ruhe was nein kann man übrigens nicht abbauen nur mit einer Schere glaube ich ich hab's auch nicht auf die Pilze abgesehen achso na dann ich hab nämlich für dich schon 13 Leuchtkäfer und eine Person eine Creepy Grille alles gut der Hase guckt in Öschütter zu und denkt sich so nein oh mein Gott der Wald wird überflutet nein er hat unseren Brunnen kaputt gemacht wo soll wir jetzt was trinken ja kriegen ne ist doch genug Wasser und nur nein oh es ist nur ein normales Skelett und kein äh ich hab den Brunnen doch schon wieder gefixt ich wollte nur die Mossy Stones ah ähm ok what tschuldigung 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 das war das sah jetzt aus als hätte ich das mit Absicht gemacht aber es war nicht Absicht nicht versprochen ehrlich sah jetzt so aus ich hab einfach nur geklickt in ganz kurzer Zeit und hab mich in dem Moment halt so zu dich umgedreht Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö gold kies war es richtig gehört gold kies den kann ich einschmelzen in meinem ofen und kriegt daraus normales gold aber die frage ist halt eher die frage ist eher womit kriegen wir die hydra besiegt wenn wir dann vielleicht rauskriegen vielleicht doch nicht vielleicht ist da meine taktik auch nicht schlecht einfach wenn man keinen anderen anhalter einfach von immer unten am bauch und an den an den schwanz hinten da schlagen da kommt ziemlich mit dem kopf nicht hin kann sich ja nicht selber in den schwanz feuern aua mann ey kann man sich ja nicht mal die nase pusten ohne dass nein kann man nicht schütze sie ich habe jetzt 14 leuchtkäfer und zwei grillen da ist ein leuchttemberg und gebe ich dir an die ganzen anderen blicken ich hab's teilen du hast es gespoilert nein so wir sind gleich da am portal aber dann geht einer nach dem anderen wieder sonst passiert so eine komische scheiße ja ja ich wollte es nicht direkt in dieses große loch dann da unterfall wo ein kobold drin sitzt so einmal noch die rüberschwimmen da oben ist das portal dann da wo die pilze so rauskriegen wenn ich so zuerst die sind so wie so eine morfeln die ist zuerst du bist zuerst drauf wenn du drüben bist melde dich 8 die sind gefährlich ne aber ich kann natürlich sein dass das nur bei mir so ist und oder ein diesmal bist du oh nein betont nein quatsch geil hammer session bis jetzt hammer hammer geile session bist du schon wieder da ja ich bin schon wieder da ich sehe dich nicht du bist unsichtbar ich suche nur gerade einen shader da back in our world back in our world back again so ich gehe wieder runter nach black mesa wenn ich wüsste wo das ist weil ich sehe dich nicht ach so guck mal hier siehst du mich ja alles klar ein schaf das sah jetzt geil aus hier ist die dinge weg die käfer oder bin ich gerade falsch ich bin gerade falsch reingelaufen ich bin so froh dass hier keine hüte ich bin so froh dass hier keine hüte karte hat ich weiß nicht ich weiß nicht wie das passiert ist wahrscheinlich meine eigene blödheit ich bin so froh dass hier keine hydra durchkommt hier vorne ist meine karte wieder so abgeschnitten siehst du das auf der karte da oben weil hier wieder der rand der welt ist ja so dann würde ich sagen jetzt hier nur noch einmal kurz runter machen eine kurze pause essen was trinken was etc pp und dann sehen wir uns in der nächsten aufnahmesession wieder entweder mit susi oder alleine ja jetzt wollte es doch auch noch eigentlich ehre aufnehmen haben wir schon vier stunden singleplayer fast ja das ist krass ja wir haben jetzt einen guten plan was wir sonst machen ich pack mal die grillen und die und die leuchtkäfer in die kisten ja mach mal mach das mal welche war das hier so ne ja irgendwas so alles was ist das eigentlich ein tourette witsch was tourette das da warte wo da mit dem grünen kreuz das ist für ernst und wo für ein upgrade für die torrett bedeutet ja auf englisch oder auf deutsch übersetzt geschützt und das ist ein update für sein für für ein geschütz ein goldnackel und hier grün und blaue wolle ist auch übrigens jetzt noch betten ok sag mal ist ja sag mal was wollte ich jetzt gerade gucken auch noch acht bemuste pflastersteine also in der kiste ja nicht dass du das vergisst und dann wieder am umsuchen bist ah siehst du dafür brauchte alter wie soll ich denn an den nether stern kommen was was willst du jetzt kraften wie soll ich denn an den nether stern kommen spenden keine ahnung jetzt mal ohne scheiß wie soll ich an den nether stern kommen den kriegst du nur wenn du witter boss aus dem nether besiegt viel spaß wie sieht er aus drei köpfe und wie ein skelett von dreiköpfen war jetzt aber genug ja aber ich brauche diesen diesen etwas da um um was er zu stellen um die portugal herzustellen das ist echt fies und den gibt es halt nur einmal den nether stern soweit ich weiß also das ist echt fies und dann kannst und eigentlich könntest du zwölf machen ja die restlichen kannst du auch so finden halt wie wir heute gefunden haben wo ist meine portugal wo ist meine portugal mein portugal ist weg oh gott voll die panik meine portugal ja ich weiß nicht wo die hinlässt wo ist sie hast du sie nein gibst du hätte ich nicht gibst du ich hab die ich hab die ich hab die ich hab die ist die echt weg ja die ist weg ist sie vielleicht beim weltabsturz gerade abgehauen abgehauen die portal und die portale sind noch hier kann ich da noch durchgehen weil du gestorben bist hat das vielleicht damit zu tun ich komme jetzt wieder zurück ah sie ist wieder da es war anscheinbar ein anzeige fehler bei mir ist auch nicht da also in daher portugal tu mir das nicht an es hat er sie genommen das sehe ich jetzt du siehst sie nicht doch auf deinen rücken hast du jetzt was nicht mehr wieso siehst du noch nicht mal den ständer gerade portugal tu mir das nicht an ja gut meine lieben freunde dann würde ich sagen machen wir jetzt hier an der stelle eben ganz kurzen cut und wir sehen uns dann ich nehme mal die sicherheitshalber die portugal in die hand wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten aufnahme session eventuell mit susi oder ohne susi wir wissen es noch nicht bis gleich bis gleich oder auch nicht tschüss tschau